Hallo zusammen und willkommen. Hier habe ich den PC vom Zuschauer Malte und dieser PC wurde am 9.9.2021 von einem Blitz gegrillt. Zitat Malte. Und das ist ein weiterer Punkt, den ich niemals erleben möchte, dass durch einen Blitzeinschlag mein PC grillt wird, beziehungsweise gerostet wird und das Ding nicht mehr geht. Und Malte hat sich hilferufend an mich gewendet, denn letztendlich nach über einem Monat hat er noch nicht mal irgendwas von der Versicherung gehört, und er hat gefragt, ob ich ihm helfen kann. Ich gebe natürlich mein Bestes hier, irgendwie das Ding wieder zum Erleben zu erwecken. Dabei werde ich euch mitnehmen und ich würde sagen, lasst uns loslegen. Ab geht's! Schauen wir uns diese Monstrosität eines Rechners an auf Basis des BeQuiet Silent Base 801. Wenn ich mich nicht irre, in der Front gibt es einiges an Verstaubung oder Schmutz. Dahinter sitzen halt zwei 140er Lüfter. Wir haben im oberen Bereich auch noch einen Lüfter, der Luft reinzieht. Und es gibt lediglich im Heck einen Lüfter, der Luft irgendwie nach außen bringen soll. Naja, dann kommt ein Radiator und dann ist das Thema Kühlung halt nicht ganz so sinnvoll durchdacht. Ebenfalls nicht ganz so sinnvoll ist die Position der Grafikkarte, um diese halt entsprechend mit bestmöglicher PC-Express-Anbindung in diesem System zu integrieren. Kabelmanagement ist nicht da, aber ansonsten ein relativ modernes System. Hardware kann man ersetzen. Was man nicht ersetzen kann, ist natürlich Daten, es sei denn, man hat einen Backup. Hier haben wir zwei SATA-SSDs, die ich jetzt erstmal rausziehen werde, um halt irgendwelche weitere Beschädigungen durch Experimentieren zu vermeiden. Ich werde außerdem die auf dem Mainboard verbaute Samsung 960 Evo ausbauen, damit die Daten halt idealerweise nicht flöten gehen. Gut, dann würde ich sagen, starten wir das Gerät mal und schauen, was passiert. Aber da passiert mal gar nichts. Fangen wir erstmal an, das Ganze jetzt zurückzurüsten. Mit Zurückrösten meine ich, dass wir alles das ausbauen, was für den grundsätzlichen Betrieb erstmal nicht benötigt wird. Und für einen einfachen Start brauche ich auch keine Grafikkarte. Hier haben wir eine GTX 1060 in der Asus Dual Version. Schicke Karte, bisschen dreckig, mache ich später noch sauber. Was ich auch mit dem Rückrüsten meine, ist, dass ich alle Verbindungen vom Mainboard löse, wie zum Beispiel auch die Gehäuse, Stecker etc. und Lüfter, um halt zu schauen, dass vielleicht nicht der Powerbutton zum Beispiel irgendwie einen Defekt hat und einen Start des Rechners verhindert. Ja, das Ganze hier nochmal gezeigt. Mit dem Mainboard verbunden sind jetzt nur noch das 24-Pin-ATX-Kabel und das 8-Pin-EPS-Kabel. Das Netzteil ist eingeschaltet und das Mainboard hat jetzt zum Glück so einen Powerbutton. Mal gucken. Da kommt erstmal nichts. Das ist natürlich nicht ganz so ideal. Dieses Video wird von meinem Partner CDKDeals unterstützt, wo ihr Windows 10 Pro für knapp 18 Euro bekommt. Aber mit dem eingeblendeten Gutscheincode könnt ihr nochmal ganze 20% sparen. Den Code findet ihr in eurem CDKDeals-Account. Den einfach kopieren und im Windows 10 Aktivierungsassistenten eingeben. Das war's. Mehr dazu in der Videobeschreibung. So, das ist hier mein Testnetzteil, was ich auch für andere Hot-Plug-Geschichten mal nutze. Da weiß ich definitiv, dass das funktioniert. Strom ist schon eingeschaltet und dann schauen wir mal, was da passiert. Ja, das ist natürlich genau das, was man nicht erleben möchte. Das ist natürlich krass. Okay, nächster Versuch ist jetzt, die CMOS-Batterie mal rauszunehmen. Diese CMOS-Batterie, dort zu sehen, sorgt hier genau dafür, dass eben nicht das Mainboard alles vergisst, wenn der Strom weg ist. Also sämtliche Einstellungen zum Beispiel, die im UEFI hinterlegt sind. So, Knopfzelle, die 20, 32 mal raus. Warten ein paar Sekunden. Man kann auch gerne den Power-Button betätigen, dass restliche Spannung, die das Mainboard irgendwie noch hat, verloren geht. Und dann setzt man das gute Stück für ein. Und dann versucht man das Ganze nochmal. Ja, wie wir sehen, da geht gar nichts an. Was haben wir eigentlich an Grundkomponenten? Das Mainboard ist jetzt eines von mir, das mal kurz ignorieren. Und zwar haben wir hier ein i5-6500, vier Kerne, vier Threads. Interessante Kombination dann mit dem Arbeitsspeicher, denn wir haben hier 64 GB des Corsair OneGens LPX. Ich habe jetzt hier einfach mal dieses Asus Prime B250MK rausgeholt. Da weiß ich auf jeden Fall, dass das funktioniert. Ja, an sich nicht schön, aber das soll ja auch kein Schönheitswettbewerb jetzt hier werden, sondern einfach nur, um zu gucken, ob CPU und Arbeitsspeicher den Blitz irgendwie überlebt haben. Es geht an. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was hier gleich angezeigt wird. Das sieht doch schon mal nice aus. Einen i5 mit 64 GB. Das sind ja schon mal gute Nachrichten. Dann schauen wir mal, ob jetzt beispielsweise auch das Netzteil noch funktioniert und ob es nur, und das ist eigentlich schon beschissen genug, das Mainboard-Effekt ist. Und natürlich, Masterfrage, hat die Grafikkarte überlebt? Gut, was habe ich jetzt hier verkabelt? Die gleiche Plattform natürlich mit dem Corsair-Netzteil. Strom liegt schon drauf und dann würde ich sagen, mit etwas Glück. Ah, scheiße. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber kurz hat man es hier aufblinken sehen und irgendwas im Netzteil hat Wipp gemacht. Besser kann ich es jetzt nicht nachmachen. Es riecht zumindest noch nicht nach kaputten Netzteil. Das wäre ein eindeutiger Indikator, aber ich würde sagen, das Mainboard ist nicht nur alleine kaputt, sondern auch das Netzteil. Ja, meine Freunde, hier muss ich kurz mal eingrätschen, denn bei der Bearbeitung ist mir aufgefallen, dass hier eine kleine Rauchwolke quer durchs Bild fliegt, die ihren Ursprung, so scheint es, im unteren linken Bereich des Mainboards hat. Das erklärt auch, warum die darauf folgenden Aufnahmen zeigen, dass der Bereich dort unten halt einfach super warm ist im Vergleich zum Rest des Mainboards. Rauchfahnder zu sehen ist definitiv alles andere als gut. So, ich habe das andere Netzteil wieder dran gebaut und jetzt schauen wir mal, ob da noch irgendwas jetzt passiert. Tut es nicht. Kleine Entdeckung noch und zwar habe ich gemerkt, das Mainboard ist in diesem unteren Bereich irgendwie eben sehr, sehr warm gewesen. Da hatte ich mal kurz noch ganz schnell das Thermometer hier drauf gehauen und es waren einfach 50 Grad hier unten im Bereich des Audio-Gedöns, aber hier oben ist auch alles tot. Nur hier unten war es eben kurzzeitig bei 50 Grad, wo ich mir dachte, okay, ich denke, hier unten in dem Bereich ist irgendwas abgeraucht. Ich muss sagen, ich bin high froh, dass ich vorher erstmal die SSDs alle disconnected habe und dann erst experimentiert habe mit dieser Hardware. Und da werde ich jetzt erstmal mit Malte Rücksprache halten, was wir jetzt hier am intelligentesten machen. Und ich unterstütze ihn gerne mit neuen Netzteilen, vielleicht auch mit einem neuen Mainboard, je nachdem, für was er sich entscheidet. Und dann schauen wir weiter. 2000 Jahre später. Bis hierher muss man sagen, der PC hat den Kampf gegenüber dem Blitz bis hierher auf jeden Fall verloren, denn Mainboard und Netzteil defekt, was mit der Grafikkarte ist, das schauen wir uns gleich an. Aber ich möchte vorab nochmal die Möglichkeit nutzen, um euch so ein bisschen zu sensibilisieren, denn letztendlich kann man sowas bestmöglich schon versuchen zu verhindern mit sogenannten Überspannungsschutzmodulen. Die kommen in die Steckdose rein, dann kannst du mehrfach Verteiler dranhauen oder auch direkt im PC und dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Also vielleicht nicht zu 100%, weil wenn es richtig reinhämmert, dann könnte vielleicht auch das wegfliegen. Aber du bist auf jeden Fall deutlich sicherer unterwegs. Die Chancen, dass dein PC, dein Fernseher, deine Konsole oder was auch immer dann einen solchen Blitzeinschlag überlebt, sind mit einem solchen Überspannungsschutzmodul deutlich höher, als wenn du es direkt am Stromnetz dran hast. Ich habe selber davon gefühlt hunderte hier im Einsatz in meiner Bude und es ist auf jeden Fall ein Gefühl der Sicherheit, wenn ich sowas nutze. Und das kann ich euch nur empfehlen. Link dazu in der Beschreibung. Aufgrund dessen, dass nun das Mainboard auf Basis oder aus Zeiten der Intel Skylake CPUs flöten gegangen ist, hatte Malte nur zwei Möglichkeiten. Entweder er investiert in ein gebrauchtes, älteres Mainboard, was kompatibel ist, oder er kauft etwas Neues. Und er hatte mir vorher schon gesagt, er würde irgendwann gerne eine neue Grafikkarte sich kaufen wollen, was natürlich gerade super geil ist bei den aktuellen Preisen. Aber das Thema kennen wir ja zu Genüge. Und da habe ich gesagt, wenn du das machst, dann kommst du an den Punkt, dass du von deiner neuen Grafikkarte, zum Beispiel 3060 Ti, nicht viel hast, weil die CPU, der Core i5 mit vier Kernen only, auf jeden Fall zur absoluten CPU-Limitierung führen wird. Dadurch hat sich Malte dann für eine neue Plattform entschieden, und zwar für einen Core i5-10400 ohne F. Denn ich habe gesagt, hör zu, es kann sein, dass deine Grafikkarte vielleicht irgendwann durch den Blitzeinschlag kaputt geht. Das kann in einer Woche sein, das kann in drei Jahren sein, weiß keiner. Und deswegen nimm lieber den Core i5-10400, denn der bietet eine Intel HD und dann kann er seinen PC trotzdem verwenden, falls die GPU irgendwie doch nach kurzer Zeit kaputt gehen sollte. Und passend zu dieser CPU gibt es noch einen ASRock B560 Pro 4, Mainboard Preis, Leistung on point. Und ich denke, das ist eine sehr schöne Kombination mit der restlichen Hardware. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Untertitelung des ZDF, 2020 So, das sieht auch schon ganz gut aus und auf jeden Fall deutlich besser als das, was initial bei mir angekommen war. Ihr habt gesehen, ich habe das Case und die Hardware an sich zum Beispiel auch die Lüfter und Staubfilter sauber gemacht. Dann habe ich im unteren Bereich ein Straight Power 11 Platinum 650 Watt Netze eingebaut. Ich habe hier oben das Lüfter Setup so gemacht, dass dieser Lüfter Luft nach außen bewegt und der Radiator sitzt oben. Hier oben kann die Luft dann entweichen. Ist auf jeden Fall sinnvoller als das, wie es vorher war. Aber anders geht es mit dieser Kompaktwasserkühlung von Lepa nicht. Gut, steht zwar auf dem Kopf, aber ist auch egal. Ist eh kein Sichtfenster da, denn die Schläuche sind zu kurz, als dass der Radiator in der Front sitzen könnte oder unter neben dem Netzteil. Dann würde ich sagen, starten wir das Ding mal und schauen, was passiert. Gut, i5 ist da. 64 GB Arbeitsspeicher. Auch von der Lüfter-Wasserkühlungskonfiguration sieht das richtig aus, so wie ich es verkabelt habe. Das ist doch mal schon mal ein schönes Zeichen. So, die Grafikkarte sitzt drin, diesmal auch im richtigen Slot. Warum saß sie jetzt original auf diesem Mainboard in diesem Slot und nicht im obersten? Nun, das ist sehr einfach erklärt. Malte verwendet ja noch eine M.2 SSD, PCI Express 3.0 mit 4 Lanes und dieser Slot als auch dieser PCI Express Slot, die kommen von der CPU. Und da die CPU nur 16 PCI Express 3.0 Lanes hat, gehen 4 davon an die M.2 SSD und damit bleiben nur noch 12 in der Summe übrig. Aber 12 Lanes gibt es hier nicht bei einer Grafikkarte, entweder 8 oder 16. Deswegen lief die Karte nur noch mit 8 Lanes und das hat Malte anscheinend für nicht gut befunden. Deswegen hat er sie nach unten gesetzt, wo sie eben dann mit 16 Lanes angebunden war. Zumindest dachte sich Malte, das wäre irgendwie sinnvoll. War es letztendlich nicht, weil hier auch nur dieser Slot zwar in der Größe eines X16 vorhanden ist, aber der ist halt intern nur mit der Hälfte belegt, der Pins, und damit gibt es auch hier unten nur 8 Lanes. 50-50 Chance, entweder kaputt oder funktional, wenn es das Mainboard und Netzteil damals schon zerruppt hat. Naja, drücken wir mal die Daumen. Bild sieht soweit fehlerfrei aus. Ja, dann gucke ich mal. Das war die SSDs jetzt mal zum Leben erwecken und schauen, ob da irgendein Windows startet. Okay, auf dem Mainboard seht ihr jetzt im Hintergrund eine Samsung 960 EVO und hier im unteren Bereich noch zwei ganz normale Samsung 2,5 Zoll SSDs. Jetzt erneut Daumen drücken, Friends. Hier haben wir die beiden SATA-SSDs, 250 GB, 1 TB und eine 500 GB M.2. Lass uns einfach mal probieren, was passiert, wenn wir jetzt hier neu starten. Wer weiß, wie das Windows damals installiert wurde? UEFI oder Legacy? Mal schauen. Das sieht jetzt nach UEFI aus, was schon mal sehr cool ist. Ja, das ist gut. Jawohl, sehr schön. Ton geht anscheinend auch schon mal über HDMI. Sehr gut. Das ist gut, dass Malte ein Passwort hat. Wir sehen, es funktioniert. Alle SSDs wurden erkannt. Ich kann jetzt auf jeden Fall nicht reinschauen. Deswegen würde ich sagen, sie sind da. Malte muss gucken, ob seine anderen SSDs vom Inhalt auch noch da sind. Und wir sehen hier keinerlei Grafikfehler, die irgendwie auf eine defekte GPU hinweisen würden. Auch sehr gut. Ja, Freunde, ich bin gerade mega happy, dass Malte in Anführungszeichen nur, auch wenn es schon echt bescheiden ist, sein Mainboard und sein Netzteil verloren hat. Und vor allem, dass Grafikkarte als auch die SSDs am Leben sind. Denn nichts ist beschissener als verlorene Daten ohne Backup. Oder jetzt irgendwie eine andere Grafikkarte kaufen zu müssen oder wollen, was auch immer. Das System läuft wieder und geht jetzt zurück an Malte. Und ja, das war mal erst komplett anders, richtig schön auf Fehlersuche zu gehen. Bisschen sauber gemacht habe ich das gute Stück auch noch. Und jetzt glänzt das gute Stück wieder, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben und schreibt mir gerne mal eure Meinung zu diesem System an sich in die Kommentare. Bis neulich ganz genau. Ciao und abonnieren. Das ist kostenlos und dann verpasst du kein Video mehr. Glocke aktivieren wäre auch noch gut. Bis neulich. 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 Vielen Dank.